Hallo, willkommen zur Vorlesung über Morphologie und ein bisschen Lexikologie. Wir sind in der siebten Woche angekommen, sprechen immer noch über Flexion. Da sind uns von der Nominalflexion die Adjektive übrig geblieben und dann reden wir auch noch über Verben. Der Überblick, wie immer. Wir reden, wie gesagt, über die Flexion von Adjektiven und von Verben. Wir werden uns bei der Adjektivflexion ansehen, was es mit starken, schwachen und gemischten Adjektiven auf sich hat. Die Funktion der Flexion der Verben müssen wir dann klären, da wir über die Funktion der Nominalflexion letzte Woche schon gesprochen haben, müssen wir das bei den Adjektiven nicht tun. Wir werden auch bei den Verben über starke und schwache reden, aber feststellen, dass das etwas völlig anderes ist als bei den Adjektiven. Wir werden uns mit Ablaut und ähnlichen Phänomenen beschäftigen, nur ganz kurz. Person und Numerus besprechen, Tempus, Modus. Die Adjektive. Was machen wir damit? Wir wollen ja über ihre Flexion reden, nicht über ihre anderen Eigenschaften, ihre Bedeutung, über ihre Flexion. Nun denn, traditionell wird die Adjektivflexion chaotisch bzw. sehr überladen beschrieben. Da bekommen wir dieses Paradigma oder diese drei Paradigmen, wenn man so möchte, mit insgesamt 48 Formen. Und im DAF-DATZ-Unterricht wird dann zum Beispiel gesagt, lerne diese 48 Formen. Ja, man unterscheidet hier zwischen stark, schwach und gemischt. Wir sehen aber, dass das keine Eigenschaft eines bestimmten Adjektivs ist, wie nachher bei den Verben, sondern jedes Adjektiv kann stark, schwach oder gemischt flektieren. Und das hängt im Wesentlichen davon ab, was davor steht. Wenn kein Artikel davor steht, sagt man traditionell, das ist die starke Flexion und dann bekommen wir diese Änderungen. Heißer Kaffee, heißen Kaffee, heißem Kaffee und so weiter. Wenn ein definiter Artikel davor steht, so wie der, dann haben wir die schwache Flexion, der heiße Kaffee und so weiter. Und Sie sehen, in denselben Casus Numerus Genus Formen haben wir hier einmal ER, einmal E, einmal EN, na gut, dann EN, aber auch hier beim Neutrum ES, ES im Nominativ Akkusativ und dann EE als Endung jeweils, im gleichen Casus Numerus Genus Feld, nur weil ein Artikel davor steht. Wenn ein indefiniter Artikel wie kein oder ein vor dem Adjektiv steht, dann bekommen wir die gemischte Flexion. Die gemischte Flexion teilt Suffixe von der starken und von der schwachen. Ich gehe das jetzt hier nicht im Detail durch, denn ich glaube, es geht einfacher und da ist sich die Linguistik eigentlich auch einig. Was man sich hier aber merken soll, wenn man das traditionell machen möchte, ohne Artikel haben wir ein starkes Adjektiv, heißer Kaffee schmeckt gut. Mit definitem Artikel haben wir ein schwaches Adjektiv, der heiße Kaffee schmeckt gut. Und mit indefinitem Artikel, da haben wir dann das gemischte Adjektiv, das wäre in diesem Fall kein heißer Kaffee schmeckt gut. Wenn wir das jetzt kompakter beschreiben wollen, dann müssen wir uns zuerst Gedanken machen, welche Formen überhaupt vorkommen. Und wir beginnen mit dem starken Adjektiv, das also dann kommt, wenn kein Artikel davor steht. Da sehen Sie hier die Formen heißer Kaffee schmeckt gut, wir trinken heißen Kaffee und so weiter. Der Geschmack heißen Kaffees schmeckt gut. Kein schöner Satz, aber Sie sehen, worauf ich hinaus möchte. Und wenn wir uns diese Endungen anschauen, heißer, heißen, heißem und so weiter, dann sind diese fast identisch mit den Endungen des Pronomens, des ganz normalen Pronomens, das wir letzte Woche besprochen haben. Und Sie wissen, dass auch der Artikel im Prinzip so flektiert wie das Pronomen. Zumindest der definite Artikel, der indefinite nicht. Und da kommen wir gleich noch zu. Und wir werden diesen Fall, wenn das Adjektiv so flektiert wie ein Artikelwort, einfach als pronominale Flexion bezeichnen. Da, wie wir sehen, die Formen fast identisch sind mit denen des ganz normalen Pronomens. Demgegenüber steht dann die adjektivische Flexion. Die bekommen wir, wenn wir ein Artikelwort vor dem Adjektiv haben. Und dieses Artikelwort hat völlig normale Affixe. Wenn wir also die Kombination aus dieser, lecker und Kaffee haben, dann bekommen wir dieser und jetzt eben nicht leckerer, sondern leckere. Hier sehen Sie e, nicht er und so weiter und so weiter. Hier kommen sehr wenig verschiedene Endungen vor, nämlich eigentlich nur e und n. Etwas anderes haben wir da nicht. Das ist völlig anders als die Vielfalt bei der pronominalen Flexion, die das Adjektiv annimmt, wenn kein Artikelwort, also kein pronominal flektierendes Wort davor steht. Ich hoffe, Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Die adjektivische Flexion, wenn wir uns jetzt den Formenbestand anschauen, da gibt es eine fast perfekte systeminterne Funktionsoptimierung. Wenn wir uns das nämlich in einem klassischen Raster anschauen, also alle vier Kasus, dann hier die Genera im Singular und demgegenüber dann der Plural. Und Sie erinnern sich, im Plural flektieren wir nicht genusspezifisch im Deutschen, anders als zum Beispiel im Lateinischen. Dann sehen wir, dass hier im Nominativ-Akkusativ und im Singular in allen drei Genera im Prinzip nur e, beziehungsweise grafisch e kommen. Naja gut, bis auf den Akkusativ im Maskulinum. Und die anderen Formen, also der Plural, beziehungsweise der Dativ und Genitiv im Singular, nehmen n. Warum ist das jetzt eine perfekte Funktionsoptimierung? Naja gut, gehen wir erstmal davon aus, dass das Zielsystem, das geht jetzt ein bisschen weit, aber dass das Zielsystem wäre, dass der Akkusativ auch e nimmt. Dass wir also hier diese Ecke nicht hätten. Dann hätten wir die sogenannten strukturellen Kasus, Nominativ und Akkusativ, im Singular mit e flektiert. Und hier kann man sich jetzt reichhaltige Gedanken machen, warum das eine Funktionsoptimierung ist. Da würde ich Ihnen fast empfehlen, schauen Sie doch mal in den Grundriss von Peter Eisenberg in den ersten Band, das fünfte Kapitel. Nehmen Sie aber bitte die vorletzte Auflage. Leider gibt es in der aktuellen Auflage einige Fehler, ausgerechnet in diesem Kapitel. Etwas mehr dazu steht auch in meinem Buch Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Wenn Sie es genau wissen wollen, nehmen Sie aber Peter Eisenberg. Das waren jetzt die Formen für die pronominale Flexion. Das sind im Wesentlichen die Formen, die wir schon kennen vom Pronomen. Und dann diese besondere adjektivische Flexion, mit der ja nicht mehr so viel los ist. Da haben wir zwei unterschiedliche Formen, die sich sehr vorhersagbar verteilen. Was ist jetzt die ominöse gemischte Flexion? Sie erinnern sich, die wird ausgelöst, wenn ein Indefinitartikel vor dem Adjektiv steht. Und zwar nicht nur Indefinit, sondern auch Possessivartikel. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass die besonders flektieren. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Denn diese Artikel, Indefinit und Possessivartikel, also ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr, haben ja, wie Sie sich hoffentlich erinnern, endungslose Formen. Im Nominativ-Singular des Maskulinums und im Nominativ- und Akkusativ-Singular des Neutrums. Da fehlt einfach die Endung. Es heißt mein leckerer Kaffee und nicht meiner leckerer Kaffee. Und da merken Sie vielleicht schon was. In dem Moment, wo hier das er fehlt, tritt es hier an das Adjektiv an. Und genauso wo hier im Neutrum das S fehlt, es heißt ja eben nicht meins, sondern mein, leckeres Dessert, tritt hier ein S an, an das Adjektiv. Es ist sozusagen, man kann es sich bildhaft vorstellen, gesprungen vom Artikelwort auf das Adjektiv. Der Rest der Formen, da haben wir hier beim Artikelwort ganz normale Endungen, nämlich pronominale Endungen. Naja, und dann kommen hier, wie wir das erwarten beim Adjektiv, diese adjektivischen Endungen, die stark reduziert sind. Das ist schon das ganze Geheimnis. Sie brauchen nicht 48 Formen. Sie müssen im Grunde zwei Formen lernen, nämlich diese hier unten. Die anderen Formen können Sie von den Pronomina ausborgen und dann brauchen Sie die Regeln, wie sich diese Formen verteilen. Und diese Regel schauen wir uns jetzt an, als ganzes System und auch die beiden Ausnahmen, die man leider dann immer noch dazulernen muss. Trotzdem ist dieser wunderschöne Rhombus hier viel eleganter, als es 48 Formen zu präsentieren. Wir fragen also, geht ein Artikelwort mit Flexionsendung voraus? Wenn ja, dann wird der strukturelle Singular mit I, der Rest mit N flektiert, das sind also die schwachen Endungen. Die Ausnahme ist Akkusativ Maskulinum, da müsste nach dieser Regel ja auch I kommen, da kommt aber N. Wenn auf die Frage, geht ein Artikelwort mit Flexionsendung voraus, Nein geantwortet wird, das ist der Fall, wenn gar kein Artikelwort da ist oder das Artikelwort in den entsprechenden Formen keine Flexionsendung hat, wie ein, kein, mein, dein, sein, euer, unser, ihr. Dann nimmt das Adjektiv die pronominalen Affixe an. Die Ausnahme, es ist wieder eine Ausnahme, ist der Genitiv Singular im Maskulinum und Neutrum. Da müsste es dann S lauten, es lautet aber N. Aber denken Sie bitte daran, in diesen Formen hat das Substantiv selber ein S. Darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen, die einzige Flexionsendung beim Substantiv im Singular ist bei den Maskuliner und Neutra das S. Andere Flexionsendungen gibt es da nicht, außer bei den Schwachen, die nehmen wir raus. Und genau da nimmt das Adjektiv in dieser Situation das S nicht an, sondern flektiert in Anführungsstrichen schwach. Und das war schon alles, was ich Ihnen heute zu den Adjektiven sagen möchte. Ich muss korrigieren, es ist alles, für das wir Zeit haben. Die Nominalflexion im Deutschen ist hochinteressant, hochsystematisch und gleichzeitig wahrscheinlich in einem massiven Wandel begriffen. Und da interagiert alles mit allem. Schauen Sie sich vielleicht wirklich den Grundriss von Peter Eisenberg an. Nur das eine Kapitel. Vielleicht bekommen Sie dadurch ja Lust auf mehr. Ebenfalls Lust auf mehr brauchen Sie, wenn Sie sich jetzt noch die Flexion der Verben anschauen möchten. Bei den Verben haben wir jetzt eine ganz andere Situation als bei den Adjektiven. Wir haben nämlich verschiedene Flexionsklassen. Das soll heißen, nicht alle Verben flektieren gleich. Welche Klassen von Verben haben nun also eigene Flexionsmuster? Sie kennen es vielleicht, die schwachen Verben. Das sind die allermeisten, folgen einem bestimmten Muster. Und dann haben wir starke Verben. Die haben diese sogenannten, ich nenne sie Vokalstufen. Und zwar ist das Ablaut und einige andere Veränderungen von dem Stammvokal, die man in der historischen Sprachwissenschaft trennt, auch vom Ablaut. Diese Trennung nehmen wir hier aber nicht vor, weil es hier um Synchrone Linguistik geht und nicht um Diachrone Linguistik. Aber denken Sie daran, nicht alle diese Veränderungen sind Ablaute. Dann gibt es noch die sogenannten gemischten Verben, wenn man das so möchte. Das ist so ein deskriptiver Grammatikterminus, weil es Verben gibt, die bestimmte Eigenschaften von sowohl starken als auch schwachen Verben haben. Und da sieht man manchmal dann, wenn man es historisch anschaut, eigentlich sind das gar nicht Eigenschaften von starken Verben, sondern was anderes. Die werden wir uns nicht so im Detail anschauen. Davon getrennt gibt es die sogenannten Modalverben. Die haben ein Flexionsmuster für sich. Und weiterhin gibt es Hilfsverben und Coppola-Verben. Die haben nicht so wirklich ein eigenes Flexionsmuster, sondern die sind oft subletiv. Das heißt, da gibt es mehrere Stämme. Also ich bin, du warst, wir sind. Da sehen Sie, da sind mehrere völlig verschiedene Stämme im Spiel. Das nennt man subletiv oder völlig idiosynkratisch. Also haben flektiert, so wie kein anderes Verb. Manche Hilfsverben sind auch tendenziell eher stark. Also werden hat Elemente, die vielleicht so ähnlich aussehen wie starke Verben. Da muss man also mit rechnen, dass es Verben gibt, vor allem in diesem Funktionsverben-Bereich, Hilfsverben und Coppola-Verben, die einfach ihr eigenes Ding machen. Und wenn wir uns dann anschauen, was die Markierungsfunktionen der Affixe in der Verbalflexion sind, werden wir sehen, wir müssen über Personennummerus reden, über Tempus und über Modus. Außerdem gibt es verschiedene Arten von Infinitheit, also infinite Formen, das sind solche, die nicht nach Person, Numerus, Tempus und Modus flektiert sind. Die Vollverben, das sind jetzt die, bei denen wir zwischen Starken und Schwachen unterscheiden müssen. Bei diesen Vollverben gibt es auf der Seite der Starken Verben solche, die zwei Stufen, drei Stufen und vier Stufen haben. Also ich hebe, du hebst im Präsenz, ich hob und ich habe gehoben. Da sehen wir zwei verschiedene Formen beim Stamm, heb und hob. Und wir sehen auch, dass der Präteritalstamm sich vom Präsenzstamm deutlich unterscheidet. Dann haben wir die dreistufigen. Ich springe, du springst im Präsenz. Dann ich sprang, hier die A-Stufe. Und ich bin gesprungen mit U. Dann haben wir hier die, die ich U-dreistufe, ich nenne. Die haben eigentlich zwei Stufen, nämlich eine Präsenzstufe, dann eine Präteritalstufe, hier laufe und lief. Und das Partizip ist dann auch mit au in dem Fall gelaufen. Aber in der zweiten und dritten Person des Präsenz kommt ein Umlaut hinzu. Du läufst, er läuft. Nur in diesen beiden Formen. Das sind also zwei Stufen plus eine Umlautstufe. Und dann gibt es die vierstufigen. Ich breche. Und dann in der zweiten und dritten Singular des Präsenz. Du brichst, er bricht. Plötzlich hier I. Im Präteritum dann ich brach. Und im Partizip mit O gebrochen. Diese zusätzliche Stufe in der zweiten und dritten Person Präsenz ist eigentlich keine Ablautstufe. Synchron, also für die heutige Grammatik, sieht das aber so aus. Und dann haben wir die schwachen Verben. Das sind die allermeisten. Die haben einfach nur eine Stufe. Ich lache, du lachst, ich lachte, ich habe gelacht. Das sind jetzt also ganz einfach die verschiedenen Verbklassen bei den Vollverben, die wir unterscheiden müssen. Wir schauen uns jetzt zuerst an, wie die in den beiden morphologischen Tempora dem Präsenz und dem Präteritum flektieren. Und zwar haben wir hier die schwachen im Präsenz und Präteritum und hier die starken im Präsenz und Präteritum. Was auffällt ist, dass wir hier im Präsenz relativ eindeutige Formen haben für Person und Numerus. Ich lache, du lachst, er lacht, wir lachen, ihr lacht, sie lachen. Hier sehen wir, dass die dritte und die erste im Plural zusammenfallen. Die lauten beide auf n, e, n, grafisch. Das e hier oder ä phonetisch in der ersten Person kann wegfallen. Da gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wann das eher wegfällt und wann es eher steht. Es geht aber im Prinzip beides. Aber ansonsten können wir hier relativ gut differenzieren zwischen der ersten, zweiten und dritten Person und dem Singular und dem Plural. Nun, im Plural können wir zwischen der ersten und der dritten Person nicht unterscheiden. Aber sonst sieht das ganz gut aus. Das sind die Person-Numerus-Endungen im Präsenz. Im Präteritum kommt bei den Schwachen konsequent T hinzu. An den normalen Stamm wird einfach T angehängt. Ich lachte, du lachtest, er, sie, es lachte und so weiter. Hint angefügt werden dann Endungen, die im Prinzip so ähnlich aussehen wie die im Präsenz. Also hier, ich, du lachst, du lachtest. Hier oben in der ersten Person, nun gut, wir können da nicht noch ein ä anfügen. Das wäre dann, ich lachte, so was haben wir nicht. Hier das T in der dritten Person entfällt aber tatsächlich. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen der Flexion im Präsenz und dem Präteritum, dass die dritte Singular ein T für die Person-Numerus-Endung hat und das Präteritum hat diese Endung nicht. Hier im Plural sieht das wieder sehr ähnlich aus, nur dass wir eben nicht in anfügen, weil wir hier schon ein Schwa, also ä, haben durch diese Präteritalbildung. Das ist schon alles. Das kann ich Ihnen jetzt hier erstmal nur so präsentieren. Auch dazu finden Sie zum Beispiel im Grundriss von Peter Eisenberg ein bisschen mehr sozusagen Hintergrundinformationen. warum auch dieses System recht elegant und recht schlüssig gestaltet ist und warum man das eigentlich ganz gut erklären kann. Bei den starken Verben sieht die Situation im Präsenz sehr ähnlich aus. Wir haben exakt dieselben Endungen wie bei den schwachen Verben. Im Präteritum haben wir auch dieselben Endungen wie bei den schwachen Verben. Es entfällt lediglich das T. Denn wir haben durch die Ablautstufe bereits eine ausreichende Markierung des Präteritums. Was hier bei den schwachen das T leistet, leistet hier bei den starken die Ablautstufe. Wir fassen zusammen. Für Person und Numerus hat die erste Singular das Ä nur im Präsenz. Das kann zwar entfallen, aber das Präteritum kann niemals dieses zusätzliche Schwa haben. Wir können weder sagen, ich lachte, noch ich brache. Die dritte Singular hat dieses T nur im Präsenz. Wir können nicht sagen, er lachtet und wir können auch nicht sagen, er bracht. Das Präsenz wird gar nicht besonders gekennzeichnet. Das Präteritum hingegen durch die Vokalstufe bei den starken und durch das Affix T bei den schwachen. Das ist jetzt im Wesentlichen schon das Gros der Flexion bei den Verben, das sie wirklich können müssen. Sie müssen sich eigentlich nur diese Person-Numerus-Endungen merken, das T und die Geschichte mit dem Ablaut. Und bei den Person-Numerus-Endungen ist das Wichtige die dritte Singular, die im Präsenz das T hat und im Präteritum nicht. Das war's schon. Wenn wir uns die Person-Numerus-Affixe nun noch einmal im Ganzen anschauen, dann sehen wir hier im PN1-Satz, das ist der, der für das Präsenz benutzt wird, ein Ö und ein T in der ersten und dritten Person, ansonsten zweite ST und die erste dritte Plural EN, UN und die Pluralendung T. Diese beiden hier entfallen bei PN2, das sind die Endungen für Person-Numerus-Zwei in der ersten und dritten. Das habe ich jetzt nochmal zusammengefasst, weil wir PN2 jetzt gleich noch brauchen. PN1 wird wirklich nur im Präsenzindikativ verwendet, PN2 hat darüber hinaus weitere Verwendungen. Mehr gibt es aber im gesamten System der Verben, Flexionssystem der Verben nicht, was Person-Numerus-Markierung angeht. Und am Rande auch die Tempus-Markierung. Das war's schon. Die haben wir jetzt schon exhaustiv gesehen. Wir müssen uns noch den Konjunktiv anschauen. Und das ist ja immer so ein bisschen ein Thema, wo die Verwendung doch stark divers ist und wo sich auch die Geister scheiden, welchen Konjunktiv man nun wann noch benutzen solle. Sie erinnern sich vielleicht, es gibt den sogenannten Konjunktiv I und den Konjunktiv II. Ich werde Ihnen jetzt sagen, dass formal die beiden einem Konjunktiv Präsenz entsprechen, nämlich der Konjunktiv I und einem Konjunktiv Präteritum. Das ist der Konjunktiv II. Warum behaupte ich das? Schauen Sie sich den Konjunktiv I der schwachen Verben an. Ich lache, du lachest, sie es lache, wir lachen, sie lachen, ihr lachet. Sie sehen, dass man einige Formen hier gar nicht von den Indikativformen des Präsenz unterscheiden kann, nämlich zum Beispiel ich lache und wir lachen und sie lachen. Die zweite im Singular, du lachest und er lache, die dritte Person, sowie die zweite Person im Plural, ihr lachet, kann man sehr gut unterscheiden. Wie wird nun dieser Konjunktiv gebildet? Ganz einfach, wir fügen dem Präsenzstamm ein I hinzu und zwar in allen Formen und hängen dann die zweiten Person-Numerus-Endungen an. Das sind die, die wir auch im Präteritum des Indikativs verwenden. Also in der ersten Person Singular keine Endung, genauso in der dritten, das ST in der zweiten und hier N und T im Plural. Auf jeden Fall aber brauchen wir dieses I, damit wir das wenigstens in einigen Formen als sogenannten Konjunktiv I identifizieren können. Wir nehmen aber den Präsenzstamm. Was tun wir nun beim sogenannten Konjunktiv II? Wir fügen ein T hinzu an den Präsenzstamm. Das kennen wir vom Präteritum. Dann ein I, genauso wie hier im Konjunktiv I und dann kommen dieselben Endungen dran, nämlich PN2 wie im Konjunktiv I. Sie sehen aber, dass die Bildung, was den Stamm und die Stammerweiterung angeht, genauso funktioniert wie im Präsenz und Präteritum. Im Präsenz haben wir den Präsenzstamm und im Präteritum hängen wir an diesen, denn bei den Schwachen gibt es ja nur einen Stamm, ein T an. Jetzt hängen wir hier nicht T im Sinne von T-Schwa, T-E, an, denn der Konjunktiv selber verlangt, dass da ein Schwa steht. Und wie viele Schwas bzw. E können wir schon aneinanderreihen? Immer nur eins. Das ist jetzt bei den Schwachen die Argumentation, warum der Konjunktiv I eigentlich ein Konjunktiv Präsenz ist, zumindest formal, und der Konjunktiv II ein Konjunktiv Präteritum, auch wiederum formal. Funktional ist das etwas anderes, aber von der Formenbildung her und historisch handelt es sich um ein Präsenz- und ein Präteritalkonjunktiv. Bei den Starken setzt sich das fort. Wir nehmen für den Konjunktiv I, also Konjunktiv Präsenz, den Präsenzstamm, hängen ein Schwa bzw. E an und nehmen die PN2-Endungen. Das verhält sich hier im Präsenz genauso wie die Schwachen Verben. Im Präteritum nehmen wir den Präteritalstamm. Da haben Sie den nächsten Hinweis, dass es sich beim Konjunktiv II um einen Konjunktiv im Präteritum handelt. Wir nehmen aber zusätzlich die Umlautform von dem Vokal, wenn das möglich ist. Bei A geht das, zu A gibt es einen Umlaut, nämlich Ä. Und dann hängen wir wieder ein Ä an und die PN2-Endungen. So werden die beiden Konjunktive gebildet und Sie sehen auch, warum hier manchmal Formen dann auf Basis dieser Bildeweise nicht von denen des Indikativs zu unterscheiden sind. Und dann wissen Sie, dann soll man die Würdeparaphrase vielleicht nehmen oder man soll statt des Konjunktiv I den Konjunktiv II nehmen. Und dann haben wir also diese Situation, die wir eigentlich alle kennen, dass der Konjunktiv allein schon aufgrund seiner Formenbildung etwas schwierig ist in der Handhabung. Unabhängig von der Funktion haben wir es also mit einem Präsenz und einem Präteritum im Konjunktiv zu tun. Wir haben immer die Personennummerus-Endungen Typ II, also PN2, wie im Präteritum des Indikativs, also kein T in der dritten Person Singular. Wenn möglich, wenn der Stammbokal das also zulässt, haben wir ein Umlaut bei den starken Verben. Wir haben immer ein I nach dem Stamm beziehungsweise nach dem Stamm mit der Erweiterung T für das Präteritum der schwachen Verben. Und das war es eigentlich schon. Eine Sache, die Ihnen hier vielleicht auffallen könnte, ist, dass als Folge dieser Bildeweise, dass wir immer dieses I haben müssen, die Konjunktivformen alle mindestens zweiselbig sind. Wir haben beim Indikativ durchaus einsilbige Formen. Im Konjunktiv, weil immer ein Schwa da sein muss, haben wir nur zweisilbige Formen. Und es gibt tatsächlich Beschreibungen dieser Flexion, die das Schwa eigentlich so erklären, dass es eine Bedingung gibt, dass der Konjunktiv zweisilbig sein muss und dann wird da, wo nicht bereits ein I, ein Schwa ist, eins eingesetzt. Und damit kommen wir schon zu den infiniten Formen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt infinite Formen. Ich werde diese Formen in der vierten Auflage meines Buches wahrscheinlich aus bestimmten Gründen als Wortbildung bezeichnen. In der dritten Auflage laufen Sie noch unter Flexion. Die Gründe dafür sind jetzt nicht so wichtig, aber rechnen Sie damit, dass beide Beschreibungen existieren. Die infiniten Formen sind auf jeden Fall dadurch charakterisiert, dass sie kein Tempus haben, keine Person, kein Numerus und auch kein Modus. Das heißt, sie reflektieren eigentlich überhaupt nicht nach den Kategorien, nach den Verben, sonst flektieren, wie wir gerade gesehen haben. Sie werden dafür aber von anderen Verben, zum Beispiel Modalverben oder Hilfsverben, in der spezifischen indefiniten Form gefordert. Das schauen wir uns jetzt an. Wir haben den Infinitiv Lachen bei den Schwachen, Brechen bei den Starken, das ist exakt dieselbe Bildung. Wir nehmen den Präsenzstamm und hängen N hinten an. Das Partizip wird gelacht gebildet, also mit G und T bei den Schwachen Verben und mit N und vorne G bei den Starken, also gebrochen. Zusätzlich haben wir eben hier bei den Starken Verben, die, wenn sie existiert, als gesonderte Stammform, den Partizipialstamm. Zusammengefasst bilden wir also den Infinitiv mit dem Stamm und N, beziehungsweise genauer mit dem Präsenzstamm, bei den Starken muss man das erwähnen, weil es da halt mehrere Stämme gibt, plus N, das ist die Infinitivendung. Das Partizip bilden wir mit G vor dem Stamm und T bei den Schwachen und N bei den Starken. Und bei den Starken nehmen wir den Partizipialstamm. Der ist nicht immer unterschieden vom Präsenz- und Präteritalstamm, denn nur der Präsenz- und der Präteritalstamm unterscheiden sich auf jeden Fall immer bei den Starken Verben, aber ganz oft gibt es eben einen dritten gesonderten Stamm. Jetzt gibt es Verben mit Präfixen und mit präfigierten Partikeln im Deutschen und die können wir hier auch an der Bildeweise unterscheiden. Wenn Sie so ein Verb nehmen wie verlachen, das ist gebildet per Derivation aus lachen mit einem Präfix ver, dann sehen Sie hier, dass im Partizip das ge, das wir hier oben noch beschrieben haben, unterbleibt. Das heißt, die Position, die dieses ge einnimmt, ist blockiert durch das Präfix. Und das passiert genauso bei den Starken. Wenn Sie so etwas haben wie unterbrechen, dann ist das Partizip unterbrochen und nicht geunterbrochen oder untergebrochen. Warum erwähne ich jetzt diese Möglichkeit? Naja, weil wir genau die bei den Partikelverben haben. Ausgelacht von auslachen, ein schwaches Verb mit einer Verbpartikel. Ja, da wird das ge, das als Partizipkennzeichen fungiert, zwischen die Partikel und den Stamm gestellt. Sie sehen also, das sind wirklich in jeder Hinsicht morphologisch und syntaktisch trennbare Verben. Abgebrochen, da haben wir so ein Verb in stark, also ein Partikelverb, das stark ist. Auch da wird zwischen das ab, also die Partikel, und den Stamm, in dem Fall broch, weil wir ja den Partizipialstamm brauchen, das ge zwischengeschoben. So etwas finden Sie nicht in allen Sprachen. Und glauben Sie mir, DAF-DATZ-Lerner haben damit große Freude. Oder auch nicht. Jetzt habe ich noch erwähnt, dass es einige andere Arten von Verben gibt. Da schauen wir jetzt nur kurz hinein. Hilfs- und Modalverben haben eine besondere Syntax und eine besondere Formenbildung. Bei der Syntax könnte man auch sagen, sie haben eine besondere Valenz und Rektion. Und darüber reden wir in der Vor- und in der Vorvorletzten Woche noch ausführlich. Hier interessiert uns zunächst die Formenbildung. Frieda isst den Marmorkuchen. Frieda hat den Marmorkuchen gegessen. Der Marmorkuchen wird gegessen. Frieda soll den Marmorkuchen essen. Dies hier ist der leckere Marmorkuchen. Der Marmorkuchen wird lecker. Warum habe ich Ihnen jetzt hier sechs Beispiele gezeigt? Nun, in diesen kommen ganz verschiedene Arten von Verben vor. Vollverben und Hilfsverben, Modalverben. Und genau über die wollen wir ja reden. Wir haben hier Vollverben oder auch lexikalische Verben. Das sind die, die man in stark und schwach unterteilen kann. Also hier Essen als Beispiel. Außerdem haben wir Hilfsverben. Das sind hier die Verben, die zur Bildung des Perfekts verwendet werden. Nämlich haben als Hilfsverb plus das Partizip. Und hier werden mit dem Partizip für das Passiv. Sie sehen, für das Perfekt und das Passiv brauchen wir immer ein Hilfsverb. Und die fordern, dass das lexikalische Verb in dem Fall, beziehungsweise das Verb, das direkt von Ihnen abhängt, im Partizip steht. Außerdem haben wir hier ein Modalverb. Das können wir ganz einfach von den bisher besprochenen Hilfsverben unterscheiden, weil es den Infinitiv verlangt. Frieda soll den Marmorkuchen essen. Es heißt nicht, soll den Marmorkuchen gegessen. Genauso wie es nicht heißt, Frieda hat den Marmorkuchen essen. So wie hier der Infinitiv nicht geht, geht hier das Partizip nicht. Das liegt daran, dass hier ein Modalverb vorkommt, hier ein Hilfsverb. Jetzt gibt es auch Hilfsverben, die den Infinitiv verlangen. Das sehen wir noch. Dann haben wir hier Kopularverben. Sein und werden. Dies hier ist der leckere Marmorkuchen. Der Marmorkuchen wird lecker. Die sind insofern besonders, als sie keine andere Verbform verlangen, sondern sein und werden nehmen ein Subjekt und dann zum Beispiel eine weitere NP oder eine AP und stellen eine prädikative Beziehung her zwischen der zweiten Phrase und dem Subjekt. Kopularverben, das können Sie sich merken, sind im Prinzip sein, bleiben und werden. Das waren die wesentlichen anderen Typen außer den lexikalischen Verben, mit denen wir uns irgendwie beschäftigen müssen. Wir schauen uns jetzt vor allem die Modalverben an, weil die besonders interessant sind bezüglich ihrer Flexion. Modalverben, wie ich schon sagte, verlangen ein weiteres Verb im Infinitiv. Da gibt es auch Hilfsverben, die das tun, aber ganz normale lexikalische Verben haben diese Anforderung eigentlich nie, dass sie ein Infinitiv eines anderen Verbs verlangen. Die nehmen typischerweise Nominalfrasen, Präpositionalfrasen, Nebensätze als Ergänzungen. Und Modalverben flektieren anders. Die Flexion sieht so aus. Die erste Person und die dritte Person flektieren im Präsenz, im Singular, endungslos. Und das ist jetzt zwar bei anderen lexikalischen Verben auch so, aber eigentlich nur im Präteritum, nicht im Präsenz. Sie können, das wissen Sie, bei der ersten Person im Präsenzindikativ, der lexikalischen Verben, optional ein I anhängen. Ich gehe, ich gehe, ich kaufe, ich kaufe, ich darf, geht nicht. Das heißt, diese Möglichkeit haben Sie hier nicht. Und außerdem hängen wir in der dritten Person Singular, Präsenzindikativ, kein T an. Er darf, er kann, er mag und so weiter. So lautet das einfach nicht. Und was Sie vielleicht sehen ist, ist, dass hier eigentlich die Person-Numerus-Endungen angehängt werden, die sonst im Präteritum angehängt werden, des Indikativs. Der Rest ist nämlich völlig normal. Das ST in der zweiten Person Singular und dann die erste und dritte Person Plural mit N und die zweite mit T. Eigentlich flektiert das hier ganz normal wie lexikalische Verben, aber von den Person-Numerus-Endungen wie ein Präteritum. Außerdem haben wir eine Ablautstufe mit Umlaut für den Präsenz-Plural. Sie sehen, wir haben hier darf und dann dürfen. Das ist also A und U plus noch Umlaut. Und das haben wir nirgendwo bei den anderen Verben. Sie sehen, bei sollen ist das nicht der Fall. Das heißt, ganz einheitlich passiert das hier auch nicht. Und bei wollen entfällt der Umlaut. Das heißt also nicht Wöllen. Das ist nicht ganz einheitlich. Das liegt einfach daran, wie die sich historisch entwickelt haben. Sie haben aber hier eine Ablautstufe für den Singular und den Plural. Das haben wir doch sonst überhaupt nicht. Wir haben Ablautstufen für Präsenz und Präteritum und vielleicht das Partizip, aber doch nicht für Singular und Plural des Präsenz. Sehr seltsam, sehr seltsam. Außerdem haben wir, wie wir gesehen haben, kein Affix für die dritte Person. Singular Präsenz und die Möglichkeit, das Schwa in der ersten anzuhängen, haben wir auch nicht. Und daher sind die erste und dritte Person gleich. Historisch, und da deutet jetzt ja schon einiges drauf hin, sind das Präteritalformen, die als Präsenz uminterpretiert, reinterpretiert wurden. Deswegen nennt man die Flexion der Modalverben auch Präteritalpräsentien oder den Flexionstypus, sollte ich sagen, weil es eigentlich historisch und auch noch erkennbar, zum Beispiel durch die Personnumerus-Endungen, Präteritalformen sind, die aber wie ein Präsenz verwendet werden. Das Präteritum wurde dann wieder wie schwache Verben gebildet. Ich durfte, ich konnte und so weiter. Die Ablautstufe für den Plura kommt übrigens daher, dass es im Althochdeutschen hier noch eine Ablautstufe gab, im Präteritum, die völlig verschwunden ist im Gegenwartsdeutschen, außer hier bei den Präteritalpräsentien. Denken Sie mal drüber nach, zur Not recherchieren Sie es, ob Ihnen noch ein anderes Verb einfällt, das so flektiert wie diese sechs Modalverben. Es gibt nur sechs Modalverben, aber es gibt vielleicht noch ein anderes Verb, was ähnlich flektiert. Und was ist jetzt eigentlich mit den anderen Tempora? Ich habe Ihnen ein Präsenz und ein Präteritum präsentiert. Was ist denn jetzt mit diesen typischerweise sechs Tempora, die man in der Schule lernt? Natürlich gibt es die. Wir haben bisher jetzt aber nur zwei besprochen, weil wir über Flexion reden und nicht über Tempos im Allgemeinen. Wenn Sie sich nämlich anschauen, wie die gebildet werden, die anderen Tempora, dann haben wir das Futur mit dem Hilfsverb werden und dem Infinitiv. Das Perfekt wird mit Sein oder Haben, das hängt einfach so ein bisschen von dem Verb ab, was danach kommt, gebildet und dem Partizip. Das Plusquamperfekt wird mit Sein gebildet, aber mit der Präteritalform von Sein und dem Partizip. Das Futurperfekt oder Futur 2, wie das gerne in der Schule heißt, es wird gegangen sein, das bilden wir mit Werden, Sein oder Haben und dann dem Partizip. Sein oder Haben stehen dabei im Infinitiv. Wie das hier vor allem bei den Perfekta zusammenhängt, kann man sich nochmal gesondert überlegen. Auf jeden Fall sehen wir, dass nur zwei dieser Tempora als Formen im morphologischen Sinne gebildet werden. Das nennt man synthetisch. Es gibt also eine Flexionsform für diese Temposformen. Und die anderen sind sogenannte analytische Bildungen. Die werden mit Hilfsverben gebildet und infiniten Verbformen, zum Beispiel dem Infinitiv und dem Partizip. Solche Bildungen nennt man analytisch, die also eine Temposform zum Beispiel mit mehreren Verbformen bilden, also mit typischerweise Hilfsverben und dann Vollverben. Nun habe ich eben gesagt, dass man sich das nochmal genauer anschauen kann, wie zum Beispiel die Perfekta gebildet werden. Und da schauen wir jetzt nochmal ein bisschen rein. Es geht jetzt auch ein bisschen um die Funktion dieser Tempora. Dazu sage ich im Buch allerdings noch ein bisschen mehr. Das würde hier den Rahmen sprengen. Das Präsenz. Was ist eigentlich die Funktion? Nun, es geht ja irgendwie um Zeitbezug. Und das Präsenz hat eigentlich gar keinen spezifischen Zeitbezug. Gegenwartsbezug stimmt nicht, denn Sie können ja auch sagen, ich gehe gestern so über die Straße, da kommt mir mein Nachbar entgegen oder morgen stelle ich die Mülltonnen raus. Da haben Sie Vergangenheits- und Zukunftsbezug mit einem Präsenz. Es ist eine synthetische und stets finite Form. Sie können also kein Präsenz haben, das nicht nach Person, Numerus, Tempus und Modus flektiert ist. Das Präteritum hat einen Vergangenheitsbezug, das ist also temporal spezifisch und es ist auch eine synthetische Form, die immer finit ist. Ein Präteritum ist also immer nach Person, Numerus, Tempus und Modus flektiert. Deswegen haben wir uns eben für diese beiden Tempora die finiten Formen mit Person, Numerus, Endung und so weiter angeschaut. Das Futur stellt einen Zukunftsbezug her, eigentlich eher eine Absichtserklärung oder eine Vorhersage. Da gibt es eine riesige Literatur dazu. Es ist natürlich sehr schwer, da wir die Zukunft nie vorhersagen können, einen Zukunftsbezug herzustellen, im gleichen Sinn, wie das Präteritum einen Vergangenheitsbezug herstellt. Wenn ich sage, ich ging gestern über die Straße, dann kann das falsch sein, aber wenn es wahr ist, dann ist das tatsächlich passiert und es gibt Möglichkeiten zu entscheiden, ob das wahr oder falsch ist. Wenn ich sage, ich werde morgen über die Straße gehen, kann das eine Absichtserklärung sein, eine Vorhersage. Man spricht von modalen Verwendungen des Futurs. Ich kann aber eigentlich nie sagen, dass das zu 100% wirklich passieren wird. Ich kann auch nicht feststellen, zum jetzigen Zeitpunkt, zum Äußerungszeitpunkt, ob das wahr oder falsch ist. Das ist eine wesentliche Eigenschaft von Zukunftsbezug. Und wie gesagt, da gibt es eine riesige Literatur. Für mich ist das generell ein Problem, weil ich sage, wir können nie einen 100% sicheren Zukunftsbezug in irgendeiner Form herstellen. Wir können nie sagen, ob eine Aussage über etwas, das noch passieren soll, wahr oder falsch ist. Das Futur von der Morphologie her ist eine analytische Form mit einem stets finiten Hilfsverb. Das Hilfsverb ist werden und das ist immer finit. In dieser Hinsicht verhält es sich wie Präsenz und Präteritum. Wir haben nur zusätzlich ein Hilfsverb. Jetzt ist die Frage, was meine ich mit immer finit? Beziehungsweise welche Verwendungen sind dadurch ausgeschlossen? Dass ich gehen werde. Da haben wir hier werde ein finites Hilfsverb. Gehen im Infinitiv. Und werde kongruiert mit ich. Hat also Personennummerus Tempus und so weiter. Dass ich gehen werden möchte, geht für mich nicht. Ich weiß, dass manche sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass das jemand sagt. Ich weiß halt auch nicht, was das heißen soll, ganz ehrlich gesagt. Also wir können da gerne drüber diskutieren. Schreiben Sie zum Beispiel was in die Kommentare. Aber da müssen Sie mir erklären, was das heißen soll. Und zwar, was das heißen soll im Unterschied zu, dass ich gehen möchte. Oder dass ich gehen werde. Aber ich glaube, das Wichtige ist, den Unterschied zu erklären, zu dass ich gehen möchte. Für diese Konstruktion, wenn die gehen würde, bräuchten wir hier den Infinitiv von werden, weil das Modalverb den verlangen würde. Und genau das geht eben nicht. Das ist damit gemeint, dass das stets finit ist. Wir können diese Konstruktion nicht in den Infinitiv setzen. Dass ich gehen geworden bin oder sowas oder gehen geworden habe, das wäre jetzt der Versuch, ein Perfekt vom Futur zu bilden. Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt noch deutlich weniger, was das heißen soll. Das geht aber allein schon von der Form nicht. Dass ich gehen geworden bin. Also bitte. Dass ich gehen zu werden habe. Da haben wir jetzt hier eine Konstruktion, das wäre ein sogenannter modaler Infinitiv. Also man kann ja sowas sagen wie, ich weiß, dass ich zu gehen habe. Da haben wir dann das Verb habe als so eine Art Hilfsverb und dann ein Zu-Infinitiv. Du hast zu gehen. Jetzt könnten wir versuchen, das mit einem Futur zu bilden. Ja, ich weiß, dass ich gehen zu werden habe. Nein, das geht einfach nicht. Und Sie sehen, was auch immer Sie probieren hier, dieses Werden in einer infiniten Form, in einem anderen analytischen Tempus oder einer anderen Konstruktion mit Hilfsverb und infiniter Form zu verwenden. Das geht einfach nicht. Das Futur ist immer finit. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt zum Perfekt kommen. Die Form des Perfekts, das ist ein Hilfsverb, sein oder haben, und ein Partizip eines anderen Verbs, typischerweise eines Vollverbs. Und das Vollverb, das lexikalische Verb, entscheidet darüber, ob es sein oder haben ist. Es gibt aber ein Infinitiv des Perfekts. Gegangen sein. Da haben wir dann das Hilfsverb im Infinitiv. Sein ist ja der Infinitiv von sein. Im Gegensatz zu ich bin gegangen. Gegangen sein. Das geht mit den bisher besprochenen Tempora nicht. Die waren alle immer finit. Hier haben wir jetzt plötzlich den Infinitiv eines Tempus. Wenn wir davon ausgehen, dass das die Grundform ist, der Infinitiv des Perfekts, können wir davon ein Präsenz bilden. Ich bin gegangen. Dass ich gegangen bin. Dass du gegangen bist. Dann haben wir das ganz normale Perfekt. Das, was man in der Schule als Perfekt lernt. Das ist das Perfekt im Präsenz. Sie sehen, das ergibt erst einen Sinn, wenn wir verstanden haben, dass es auch ein Infinitiv des Perfekts gibt. Dann sagen wir, es gibt ein Präsenz des Perfekts. Das hat dann komischerweise einen Vergangenheitsbezug. Und zwar in ganz vielen Verwendungen genau denselben wie das Präteritum. Aber formal gesehen ist es von dieser Perfektkonstruktion das Präsenz. Präsenz. Davon können wir dann eben auch das Präteritum bilden. Dass ich gegangen war. Dann haben wir wieder gegangen. Das bleibt immer gleich. Das ist immer das Partizip. Nur haben wir jetzt hier vom Hilfsverb das Präteritum. Sehen Sie, was das ist? Das ist das sogenannte Plusquamperfekt. Das ist nichts anderes als das Präteritum des Perfekts. Und jetzt sehen Sie vielleicht, warum das Perfekt nicht ein Tempus ist wie alle anderen. Wir können das irgendwie so durch verschiedene Tempora durchschubsen. Und zwar auch ins Futur. Wenn wir gegangen sein haben, das war ja hier der Infinitiv, können wir das mit dem Futur-Hilfsverb werden kombinieren. Dass ich gegangen sein werde. Dass du gegangen sein wirst. Was haben Sie dann? Das sogenannte Futur 2. Ich hoffe, Sie sehen jetzt, dass Futur 2 eine ziemlich blöde Bezeichnung ist. Denn eigentlich ist das nichts anderes als eine der finiten Formen des Perfekts. Nämlich das Futur des Perfekts. Was ist jetzt die Funktion des Perfekts? Das werde ich nur ganz kurz antippen. Wir haben gesehen, es ist im Prinzip sowas wie ein Tempus. Aber man kann es durch verschiedene finite Tempora und in eine finite Form jagen. Das Perfekt stellt im Prinzip schon einen Vergangenheitsbezug her. Deswegen ist das Präsenzperfekt, also ich bin gegangen und so weiter, ganz oft austauschbar mit dem Präteritum. Weil auch das Perfekt, selbst wenn das Hilfsverb im Präsenz steht, einen Vergangenheitsbezug herstellt. Wenn es austauschbar ist, dann haben wir manchmal die Situation, dass es etwas umgangssprachlich klingt, verglichen mit dem Präteritum. Das ist oft beschrieben worden. Ja, kann sein. Und es gibt eine Zusatzbedeutung, bei bestimmten Verben zumindest, dass das Perfekt einen abgeschlossenen Vorgang bezeichnet, bei Verben, die einen Vorgang mit einem Endpunkt bezeichnen. Wir schauen uns da ein Beispiel an. Im Jahr 1993 zerstörte der Kommerz den Techno. Das ist nicht doppeldeutig. Das heißt, es gab 1993 ein Ereignis. Das kann ein paar Wochen oder Monate gedauert haben. Aber dieses Ereignis ist 1993 passiert. Wir interessieren uns nicht so sehr dafür, ob das einen Verlauf hatte. Das ist einfach passiert. Wir beschreiben das wie ein punktuelles Ereignis. Im Jahr 1993 hat der Kommerz den Techno zerstört. Dieser Satz, behaupte ich, ist doppeldeutig. Hier haben wir ein Perfekt, und zwar ein Präsenzperfekt, im Gegensatz zum normalen Präteritum im Satz vorher. Und dieser Satz im Jahr 1993 hat der Kommerz den Techno zerstört, hat die zusätzliche Lesart, dass die Zerstörung bereits ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vorher begonnen hat, und dass dieser Vorgang im Jahr 1993 abgeschlossen war. Das ist im Deutschen etwas verblasst. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Sie im Englischen mit genau solchen Problemen gekämpft haben, bei den verschiedenen Tempora, die das Englische anbietet. Present Perfect, erinnern Sie sich? Fällt Ihnen was auf? Denken Sie da mal drüber nach. Und im Deutschen sind diese Effekte im Wesentlichen nicht mehr so zuverlässig beobachtbar. Deswegen gibt es auch hier viele, die sagen, diese zusätzliche Lesart, die wird mir nicht wirklich klar. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Einblick in die Funktion der Tempora. Das ist eigentlich ein Fass ohne Boden. Es gibt Literatur über Literatur dazu. Wir fassen einfach nochmal zusammen. Finite Tempora und Perfekt. Es gibt klare Beziehungen zwischen den finiten Tempora und dem Perfekt. Die finiten Tempora, das ist das Präsenz, eine finite synthetische Form. Das Präteritum ist ebenfalls eine finite synthetische Form. Das sogenannte Futur I ist analytisch mit stets finitem Hilfsverb. Die Perfekter liefern uns jetzt diese anderen Temposformen der Schulgrammatik. Und das ist immer die Perfektbildung mit verschiedenen finiten Temposformen des Hilfsverbs. Wir haben das Präsenzperfekt, heißt in der Schule Perfekt, das ist die Präsenzform des Perfekts. Wir haben das Präteritumsperfekt, das ist in der Schule das Plusquamperfekt. Da kann man auch gerne Plusquamperfekt so sagen, das ist nicht falsch. Das ist aber formal gesehen die Präteritalform des Perfekts. Das Futurperfekt, Vulgo Futur II, ist das Futur des Perfekts. Damit lasse ich Sie jetzt bei dem Thema leider alleine. Ich muss Sie alleine lassen, denn mehr bekommen wir hier nicht unter. Schauen Sie noch mal ins Buch, da steht mehr. Und vielleicht schauen Sie auch dazu mal in Grammatiken. Da gibt es zum Beispiel die Dudengrammatik oder den Grundriss von Peter Eisenberg. In der nächsten Woche sprechen wir über Valenz. Wir verlassen jetzt eigentlich den Bereich der Morphologie und gehen so ein bisschen in die Lexikologie über. Das Ganze hat aber immer noch etwas mit Morphologie zu tun. Wenn Ihnen jetzt nicht klar ist, was Valenz ist, nächste Woche wird es Ihnen klar. Ich hoffe, Sie schauen vorher schon mal rein in die angegebenen Abschnitte. Und in diesem Sinne bis nächste Woche. Vielen Dank.